In diesem Video werde ich die angeblich beste Pizza auf ganz Madeira testen. Ich war letzte Woche dort zusammen mit Kevin, das war sehr, sehr cool, wir haben viel IRL-Content gemacht und eigentlich alle, die dort gewohnt haben, meinten, hey, das ist die beste Pizzeria, die musst du auf jeden Fall testen. Ich also hingefahren, zusammen mit Sabine, mit Phoebe und mit noch zwei anderen Jungs. Ob es wirklich die beste Pizza auf ganz Madeira war und wie es uns geschmeckt hat, das seht ihr in diesem Video. Ich glaube, der way to go ist, dass ich auch gleich die Bedienung frage, was hier das Item, was am besten geht. Welche Pizza wird am häufigsten bestellt, warum kommen die Leute hierher? Phoebe, was willst du? Nudeln. Nudeln? Wer kommt zur besten Pizza von Madeira, du nimmst Nudeln? Ich mag nicht so Pizza. Ey, war stark, dass du mitgekommen bist trotzdem. Ja, ich wurde ja gezogen. Ich habe gesagt, ich fände es mega cool, wenn du mitkommst, weil ich einfach gerne mit dir Zeit verbringe. Was ist die most famous Pizza von deinem Platz? It depends. Okay, it doesn't depend. Ist das süße Pizza? Nicht so ganz süß, der hat nur so einen Touch davon. Hier, rüste dich aus. Boah, das geht jetzt ab. Kriegt jeder einen eigenen? Ja, nein, nein. Boah, jetzt schon gewonnen, das Restaurant. Also muss man sagen, Aussicht hier ist auf jeden Fall krank. Aussicht hier ist auf jeden Fall Wahnsinn. Leute, Phoebe macht gerade Origami, ich werde es euch zeigen, wie es fertig ist. Aber no pressure, Phoebe. Das ist ein Hut. Brot aufgeschnitten. Und es ist sogar irgendwie ein geiles Brot und nicht so ein Cringe-Ausland-Brot. Brot ist immer ein starker Pain als Deutscher irgendwie, aber das sieht ganz gut aus. Ist auf jeden Fall ganz lecker, aber es triggert ein bisschen, dass dieser geile Knoblauchsaft nicht so ganz in das Brötchen reingesippt ist. Weil es ist hier nicht so ganz reingelaufen. So, dann probieren wir noch ein bisschen Tomate-Mozzarella. Ich meine, da kann man jetzt eigentlich wirklich nicht viel falsch machen. Aber der Mozzarella kann halt getestet werden hier. Ja? Ja, doch, der ist gut. Ich finde, der könnte noch ein bisschen softer sein fast, oder? Die Außenschale. Eigentlich schon Burrata. Ja, ja. Ich bin ein bisschen Burrata verwöhnt, glaube ich, so. Muss ich ehrlich sagen. Burrata ist das beste. Okay, Sabine, was haben wir hier bekommen für Getränke? Was hast du bestellt? Hier ist die rausgemachte Laminate. Die ist wirklich auch die beste, finde ich, von der Insel. Weil die ist nicht zu sauer und die ist so ein bisschen sparkly. Also wir haben hier die beste Pizza und die beste Laminate von der Insel. Das ist so süß. Oh, what? Das fängt schon mal richtig stark an hier. Okay, dann probieren wir mal. Kam auch richtig schnell alles. Okay, krass. Die kommt aber. Die haben die Süße wirklich genau auf den richtigen Punkt getroffen. Sehr stark. Ich fange jetzt wieder so richtig bei so Gourmet-Leute so alles. Natürlich, hallo. Willst du probieren? Nee, ich hasse Zitrone. Das Limette aber. Okay, da haben wir es schon. Das ist die Beste. Okay, das ist krass. Die ist schon geil, gell? Ich will nicht sagen, aber der Orangensaft schmeckt halt auch mies gut. Hast du dich erholt eigentlich von deiner blamablen Leistung gestern bei bei der kennst du den Song? Boah, ey, lass es bitte nicht. Wie viele Songs hast du erraten in deinem Team? Null. Oh mein Gott. Ich habe nicht ein was erraten. Ja, bis 30 gespielt. Null. Boah. Boah, die ist echt geiler. Das ist schon die erste Pizza. Phoebe hat sich einen Salat geholt mit einer Blume drin. What the fuck? Krank. Und hier kommt meine. Yes. Das ist dein Gesicht. Dankeschön. Wow. Boah, das sieht richtig lecker aus. Holy fuck. Was kriegt Sabine? Sieht auch krass aus. Boah, deiner sieht langweilig aus. Nein. Aber beim Unterschied zu denen ist schon... Ja, okay. Aber das ist die beliebteste Pizza hier. Ich bin gespannt jetzt. Komm mal rein. Ja. Phoebe, wie schmeckt sie? Du hast schon reingepissen hier. Ich bin so fröhlich gerade. Endlich, endlich gute Null. Schmeckt lecker? Ja. Ey, das ist so ein Mozzarella-Ball mit... Das ist wirklich ein Ball, Nihara. Ey, und... Okay, sehr geil, sehr geil. Das heißt, ich probiere es mal von meiner Spezialpizza hier mit Champignon, Ricotta, Zwiebel, Pinienkernen und etwas Zuckerrübensirup. Also ich finde es schon mal geil, dass man seine eigene Pizza schneidet. Das ist schon mal irgendwie ein geiles Gimmick so. Ja, ich meine, also das wird ja nicht umsonst so die beliebteste Pizza sein. Die Leute haben doch hier Geschmack. Okay, also der Pizza-Hängetest ist schon mal gut. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Kraft noch in sich selber, ne? Boden, auch krass. Das ist wirklich das Wichtigste, dass der Boden geil ist. Jetzt rein, komm schon. Guck mal, ich zöger's noch raus. Und das, wenn du den so hochhebst, dass der nicht direkt so den machst und dass der so ein bisschen noch... Okay. Check ich. Genau wie ich dachte, aber da ist irgendwas Ziegenkäseiges drauf. Das ist diese kleine Ziegenkäse-Honig-Kombi. Zwiebeln und die Champignons kommen noch ganz geil rein. Schmeckt auf jeden Fall. Ich esse mal noch ein bisschen mehr. Ich muss noch ein bisschen mehr reinfühlen. Also der Teig ist wirklich, der Teig ist wirklich ne 10 von 10 hier. Krass. Perfekt zwischen so knusprig und fluffig. Genau perfekt. Sabine, ich würde mir jetzt mal was von dir mobsen. Okay, so gekochter Spinat, Rucola, Keinkäse. Also das ist, was die hier ne Focaccia nennen. Großzügige Auslegung vom Wort Focaccia. Ja, normalerweise ist die halt nur... Das ist ja ein ganz anderer Teig eigentlich auch auf Focaccia. Das ist dieser fluffige... Ja, schon. Mit Knoblauch, Pinienkern. Wir gehen mal rein hier. Oh, oi. Viel Knoblauch, Alter. Sehr, sehr viel Knoblauch. Oioioioioi. Der ballert. Kennst du das, wenn so viel Knoblauch ist, dass es schon scharf wird? Das ist hier gerade. Boah, aber die haben wirklich... Also no joke. Nur das hast du, da kannst du nicht aufs Deck gehen danach. Oder erst recht halt, je nachdem. Und diese? Magst du ziehen? Na, mach schnell der Pap. Okay, übertreib viel. Also du musst auch irgendwas schmecken können, so. Magst du Ziegenkäse? Der schmeckt wie... Ehh. Was? Was kam jetzt mit dem Geschmack gerade? Nee, das schmeckt schon wieder am Ende wie so Arsch. Weißt du? Nee, weiß ich jetzt nicht eigentlich. Packst du nebenher das fertig zu essen? Ich kann nicht mehr. Okay, krass. Ja, es gibt eine 6 von 10. Eine 6 von 10, okay. Aber die Pizza an sich, wenn ich jetzt nur die 15 bewerte, nicht den Belag, eine 9 von 10. Ja? Das ist fast perfekt, ja. Also es ist auf jeden Fall lecker. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal bestellen würde. Es schmecken wie Flammenkuchen. Ja, okay, weil es keine Turbanensoße hat, ne? Erinnerst du ein bisschen dran, ja. Ich probiere nochmal hier. War es das für eine Pizza? Mister. Also diese Salami sieht wirklich ehrenlos geil aus, muss man sagen. Das ist wirklich Wahnsinn, Alter. Also teigt bei jeder bis jetzt krass. Aber das ist so eine Sache, wo ich dann sage, warum nimmt man da jetzt keine vegane Salami? Oder bietet es an zumindest. Weil es gibt inzwischen so geile vegane Salami schon. Aber ich glaube generell Madeira und so Thema vegan ist noch nicht so ganz angekommen irgendwie, ne? Also schwierig. Ja, ich finde die, also die ist geil, aber die könnte noch irgendwie so einen Kick vertragen. Irgendwie das so Schärfe oder irgendwie, irgendwas Starkes noch so. Okay, Sabine hatte noch was bestellt hier. Was handelt es sich hier nochmal? Du siehst hier ja nicht so Spezialität. Ja. Das ist halt einfach so Aubergine und so ein bisschen Gemüse. Okay, also was süßiges, süßiges Gemüse. Jetzt süße Pizza, süßes Ding. Oh, das ist interessant, okay. Das ist eine Sache, die würde so 90% aller Menschen nicht schmecken. Das erinnert mich irgendwie krass an Weihnachten. An irgendwie ein Weihnachtsgerät. Schmeckt es dir? Schmeckt nach Weihnachten, ja. Checkst du? Ich check auch nicht. Die Kartoffeln sind so Ofen-Baked-Basis, aber finde ich ein bisschen... Zu matschig, so zu gröslich. Ja, ja, nicht so zu mehlig, weißt du so? Ja, zu gröslich, ja, zu dry, ja. Die könnten ein bisschen geiler, aber vielleicht dippen wir das jetzt mal hier in DNA rein. Ich check schon, warum muss ich das nicht bestellen, Mann. Das ist schon lecker. Wäre jetzt nicht mein Favorite, aber ist auf jeden Fall interessant. Okay, ich hau jetzt nochmal kurz mein abschließendes Fazit zu meiner Pizza raus, weil ich jetzt ein bisschen mehr gegessen habe, ein bisschen mehr diesen Geschmack so aufnehmen konnte. Also Teig auf jeden Fall für mich, no joke, 10 von 10. Phoebe meinte 9 von 10. Der Belag, also es ist eine Hauskreation, kriegt von mir eine 8,7. Würde ich jetzt nochmal raushauen. Ist auf jeden Fall sehr solid. Ich glaube, ich müsste mich, wenn ich jetzt hier wohnen würde auf Madeira, würde ich mich einfach durch die komplette Pizzakarte fressen und safe meine ganz persönliche 10 von 10 finden. Für mich seid 10 von 10 vegane Pizza. Ohne Käse eine perfekte Pizza. Check it. Ja, also das als vegan, das ich probiert habe, war auch wirklich, das von Sabine. No joke würde ich sogar besser bewerten. Da würde ich eine 9 von 10 raushauen für mich. Die Pizza mit Salami würde ich, boah, schwierig. Nur dem Belag würde ich eine 7,5 geben. Teig, 10 wie alle. Und so insgesamt ist es eine 8, I guess. Was habt ihr denn für Eissorten da? Ganz viele. Okay, Freunde, dann suchen wir uns mal unsere Eissorten aus. Boah, das ist schwierig. Macht ihr das alles selber hier? Ja. Geil. Dann würde ich auf jeden Fall mal eine Kugel von dem Erdnusskaramell nehmen. Einmal Mango. Warte ab, jetzt kommt's. Einmal Waldfrucht. Sehr geil. Danke dir. Ich glaube, das wird was Geiles jetzt hier werden. Das Eis ist angekommen. Boah, das sieht wild aus. In einem Weckglas. Die Deutschen wieder. Okay, Freunde, Waldfrucht, Test. Krass. Die Waldfrucht schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sehr frisch, bisschen sauer. Finde ich krass. Es ist aber schon so dieser typische Waldfruchtgeschmack. Deswegen weiß ich nicht, wie ich glauben kann, dass hier wirklich alles frisch gemacht wird. Obwohl wir nicht gewisse Pülperchen benutzt werden. Aber es sind auch wirklich Stücke und so drin. Also ich glaube, das muss schon selber gemacht sein. Und der Geschmack ist einfach krass genailed, glaube ich. Gehen wir mal zum Mango. Boah, das fickt komplett. Mein Favorite Eis, was ich mir immer so hole für zu Hause, ist so von Alnatura das Mango Sorbet. Ja, das ist geil. Das ballert. Und es schmeckt genauso wie das. Deswegen sehr stark. Also ich würde sagen, Waldfrucht, 9 von 10. Mango, ich kann sagen, wie es ist, 10 von 10. Ich wüsste nicht, was mich noch verbessern kann. Jetzt bin ich gespannt. Erdnusskaramell. Uh, okay. Der Geschmack vom Erdnusskaramell ist geil. Konsistenz ist mir zu wässrig. Der geht irgendwie viel zu schnell im Mund. So, man hat gar nichts Geiles zum so im Mund behalten. Deswegen würde ich da eine 8 raushauen. So, Freunde, wir haben jetzt fertig gegessen. Finales Fazit hier. Von Manifatura di Celato. Das ist wirklich der offizielle Name des Restaurants hier. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber es gibt hier mehr als Celato, nämlich die Pizza. Nehme ich mir hier auch mit. War wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe nicht alle Pizze hier auf Madeira probiert. Das würde noch ein bisschen dauern. Aber ich finde es sehr plausibel, dass das hier wirklich die Beste ist. Der Teig war no joke mit 10 von 10. Und Belag findet man dann einfach mit der Zeit das, was einem am geilsten schmeckt. Eis war auch unfassbar lecker. Das Knochenbapport war geil. Die Aussicht hier ist geil. Die Bedienungen waren freundlich. Also alles in allem, der gesamte Besuch bekommt eine 9 von 10. War wirklich eine schöne Geschichte. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Haut ein Abo raus. Und schaut beim nächsten Video vorbei. Bis zum nächsten Mal.